Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Wir sind mal wieder in Monta di Gioni. Das hat ein paar Gründe. Zum einen haben wir ja alle 100 Federn eingesammelt. Die möchte ich natürlich zusammen mit euch abgeben. Und mal gucken, was denn passiert. Und ob überhaupt irgendetwas passiert. Schmeißen wir die Federn nochmal hier rein. Der Pferd ist gestiegen. Ja, es passiert was. Ach komm Ezio, das hättest du doch schon lange mal tun können, oder? Ich danke dir Ezio, dass du mich nicht vergisst. Natürlich, so etwas würden wir doch nie machen. Und wir haben den Auditore-Umhang erhalten. Okay, sehr geil. Den hatte ich natürlich bei meinem privaten Spieldurchlauf auch nicht. Und dann wollen wir den nochmal angucken und direkt mal anlegen, würde ich es doch sagen. Der Auditore-Umhang. Aha, okay. Das ist also einfach um zu so einem Badass-Modus. Weil da werden wir... besucht. Äh... Besucht. Die ganze Zeit. Also wir ziehen den jetzt trotzdem mal an. Ey komm, in Florenz machen wir das. Aber einfach... Um zu zeigen, hier ihr... Arschlöcher, ihr habt meinen Vater auf dem Gewissen. Aber trotzdem sind wir noch da. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Außerdem passt er zu der schwarzen Rüstung. Ähm, nochmal uns das Buch hier angucken. Wie weit... Wie weit... Ähm... Ja, denn... Willst du das Buch sehen? Unser Erfolg... Blagdöns ist... Vollendung, meine ich. Hier, 96%. Sehr schön. Geschäfte haben wir alle. Renovierung haben wir alle. Gut. Uns fehlen noch sechs Gemälde. Und halt Porträts. Okay. Ich überlege gerade... Wo wir noch Gemälde kaufen können. Also in... Monta di Gioni habe ich gerade eben auch schon geguckt. Da haben wir alle. In Florenz haben wir eigentlich auch alle gekauft. Äh... Vielleicht nochmal in Venedig gucken. Aber jetzt gehen wir auf alle Fälle erst nochmal nach Forli. Denn ich habe den... Äh... Den Aufenthaltsort der letzten Glühfe gefunden. Die muss wahrscheinlich doch auf meiner Karte drauf gewesen sein. Aber der kleine Zipfel war natürlich irgendwie abgeschnitten oder so. Aber egal. Jetzt weiß ich wo sie ist. Und... Dann können wir gleich zwei Fliegen mit... Einer Klappe schlagen. Ja, gehen wir direkt nach oben hin. Da wollen wir auch hin. Dann können wir da auch nochmal gucken, wie das damit, äh... Na hier, Gemälden aussieht. Ob wir da denn alle haben. Und dann machen wir vorher, würde ich sagen, noch eine kleine... Äh... Such- und Fahrt. Um in allen Gebieten mal zu gucken, wo denn noch... Ja... Wir uns Gemälde kaufen können. Aber ich muss mal einen ganz kurzen Schnitt machen. Und da bin ich wieder. Wir sind ja da oben jetzt. Wir sind gesucht. Und dann mal gucken, was wir hier mit dem Badass-Gedöns so anstellen können. Und zwar befindet sich die Glyphe ganz oben im Norden. Da auch bei... In der Nähe von der Zusatzerinnerung. Ja, beziehungsweise da bei der Zusatzerinnerung. Irgendwo an diesem Leuchtturm. Aber ich hab... Keine Ahnung wo. Das müssen wir jetzt mal gucken. Aber... Ich hoffe... Ich gehe davon aus, dass wir sie finden. Da ist sie doch. Hm. Soll ich doch. Sehr schön. Kommen wir hier einfach dran? Ja, tun wir. Gut. Das ist die letzte Glyphe. Dann mal her damit. Und geguckt, was es damit auf sich hat. Die Entstehung der Art. Gut, wir haben hier wieder ein... Schieberätsel. Okay, hier verschieben wir zwei. Da nur ein. Da auch jeweils nur ein. Aber hier zwei. Ha. Okay, dann bringen wir erstmal... Die, wo wir nur einen verschieben. Äh, in die hoffentlich richtige Position. Das müsste ja die sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Und das so. Gut. Dann haben wir jetzt noch die äußere. Die bringen wir mal... Die müssen ja so dann. Der innere und der äußere sind dann noch zusammen. Das heißt, wir bringen... ...den auf alle Fälle in die gleiche Position mit dem äußeren. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wir haben alles... ...ein... Na, wobei doch so passt's. Jetzt müssen wir nur... ...gucken. So, die beiden... ...können wir noch... ...zusammendrehen. Okay, wir müssen irgendwie versuchen... ...den innersten, den mittleren und den äußeren... ...gleich zu bekommen. Ha. Aber ehrlich gesagt... ...will ich mich hier auch gar nicht so lange... ...dran aufhalten. Deswegen... ...sehen wir uns wieder, wenn... ...ich das Rätsel gelöst habe. Haha. Got it. Es wurde alles versteckt. Verändert. Na, es hat ein... ...bisschen gedauert, aber... ...ich hab's hingekriegt. So, öffne deine Augen. Hm. Das war einfach. Und das fehlende Glied. Wie Zugriff verfeigert. Ich kann das nicht. Äh, doch. Wird es mich aus diesem... ...endlosen Zeitring befreien? Ich fühle, wie die Guillotine... ...meinen Hals durchdreht. Die Kugel... ...in meine Brust einschlägt. Das Wasser... ...meine Lungen füllt. Das Blut... ...fließt dick und rot. Ich muss da raus. Subjekt 16 geht's anscheinend... ...ziemlich scheiße. Na toll. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Gut. Shit, ne? Wir haben hier... ...gar nichts zur Hilfe. Okay, das sind die ganzen... ...Zeichen der Glyphen... ...die wir eingesammelt haben. Ah. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ah, das sind die... ...ganzen Codes... ...die wir bekommen haben. Und hier ist irgendwo auch... ...der drin, den wir jetzt... ...bekommen sollen. Hm. Also das hier muss uns hier... ...auf alle Fälle irgendwas sagen. Haben wir denn hier irgendwas... ...Assassin... ...Relatedes? Sehr komisch. Ich hab keine Ahnung... ...wie man hier... ...auf... ...das Ergebnis kommen soll. Aber sowas von keine Ahnung. Hm. Wär ja auch zu schön gewesen. Hm. Ich... ...habe keine Ahnung. Ehrlich. Also eigentlich finde ich das... ...finde ich das hier ein bisschen... ...cheaterei, immer nachzugucken. Aber... ...ehrlich, wenn man hier... ...nix versteht... ...auch wenn alles war... ...und alles erlaubt ist. Also ich guck das echt... ...lieber mal nach. Also... ...weil, was man da wirklich machen soll... ...hab ich keine Ahnung. Okay, gut. Darauf hätte man auch selber kommen können. ...einfach irgendeinen beliebigen Code eingeben. So schwierig war das nicht. Das hätte man auch durch herausprobieren... ...herausfinden können. Aber okay. Wir haben wieder einen... ...Memo, Brief, E-Mail... ...von der Abstergo Corporation... ...vom 3. Januar 1997. Ich schreibe als Reaktion... ...auf ihre Bedenken... ...zur zunehmenden Beunruhigung... ...der Presse und der Wissenschaft. Das Fehlen einer Übergangsspezies... ...vom prähistorischen Urmenschen... ...zu modernen Menschen... ...Homo Sapiens... ...ist nicht länger sicher. Wie sie schreiben... ...müssen wir reagieren. Wir dürfen die Wahrheit... ...nicht ans Licht kommen lassen. Sonst erfahren sie von den Artefakten. Es würde zu viel Unruhe... ...zu viel Chaos erzeugen. Vergraben sie die Skelette... ...die wir geschaffen haben... ...in der Nähe von... ...Tim Whites Expedition in Äthiopien. Wir geben ihnen ihr fehlendes Glied... ...die Geburt der Menschheit. Die Wahrheit macht mich krank. Ich kann die Sterne sehen. Mein Geist ist gegangen. Lucy, ich kann nicht... ...harten. Ich bin bereit. Sie siehe ich das Messer hebe. Und hier raus... ...wird der Homo Sapiens. Wir haben den letzten Passcode gefunden. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gut, wir haben alle Glyphen entschlüsselt. Subjekt 16, Sitzung 12. ает Interesse. No. Wirれないen. ch Adam, ich hab ihn! Eva! Pass auf! Wow! Habe ich das gerade wirklich gesehen? Was anderes kann man dazu nicht sagen. Wir schicken das Video von 16 zur Analyse, sobald Desmond in der Maschine soweit ist. Krasser Scheiß. Adam und Eva gehörten also zu einer, ja... wie soll man es nennen, zu einer alten Spezies, den Menschen ähnlich, aber hochentwickelt. Die haben den Apfel gestohlen. Daher auch die Geschichte mit Adam und Eva und dem Apfel. Nun ja, wir werden jetzt, äh, um schnell nach, äh, Forley wieder zurückzukommen, einfach den Gleiter hier benutzen. Und da dann nochmal gucken, ob wir denn da noch ein, äh, Gemälde uns kaufen können. Das ist ja wieder so eine Folge mit Unterbrechung. Und jetzt habe ich da den, äh, äh, den, hier, Feuer, den ich da nicht bekomme und konnte den Typen da oben nicht wegtreten. Schade. Aber ich denke, wir sollten es zumindest zu dem Feuer da noch schaffen. Hoffe ich zumindest. Um wieder... ...Fahrt mit Geschwindigkeit aufzunehmen. Damit wir auch ein Jahr über... ...die Mauer kommen. Hoffe ich zumindest. ...und direkt neben meinem Kutztheim, Lallana, wo wir gleich dabei sind. Ich müsste doch... ... irgendwo hier einer sein, oder? Egal, wir gehen mal hier runter. Und sind in Forley gelandet. So. Ja, nicht bei nem Kunsthändler, aber der ist ja da drüben. Wenn ich mich recht erinnere. ... Äh, ja, da ist Anna, sehr schön. Oh ja, die sind echt verdammt schnell aufmerksam. So, dann... Ups, ne, nicht Schatzkarten-Gemälde. Ne, die haben wir alle im Besitz. Ciao. Gut, also hier haben wir dann nix mehr zu tun. Außer vielleicht, die... ...Karten... ...zuholen... ...und rennen. Aber... ...irgendwie... ...nach... ...wir haben jetzt hier schon... ...im Grunde genug Zeit vertrödelt. Wir gehen jetzt wieder... ...ja, was heißt vertrödelt? Wir haben immerhin die Lüfe gefunden. Wir gehen jetzt einfach wieder nach Florenz. Machen da, die... ...Story. Und bevor wir dann... ...ganz zum Schluss... ...die... ...ähm... ...ähm... ...ja, die... ...Schluss-Quest machen, da können wir dann nochmal gucken, ob wir da irgendwas... ...geregelt bekommen. Wer ist denn da ins Wasser gefallen? Idiot. Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefangene Egel! Da wollte anscheinend einer... ...fliegen... ...und ist dabei... ...und hat dabei vergessen, dass er nicht schwimmen kann. Tja, Leute gibt's. Ja, natürlich hängen wir euch ab. Dafür sind wir einfach zu gut, als dass ihr uns einholen könntet. Können wir dann eigentlich mit denen sprechen. Egal, einmal hier in Zoll. Und schon haben sie uns verloren. Sehr gut. Also, wir möchten... ...einmal nach Florenz. Äh... Joa, gehen wir doch mal hier hin. Und gucken, was wir von da aus so... ...geregelt bekommen. Wir müssen ja noch sechs von den Typen umnocken. Vielleicht kommen wir da ja jetzt endlich mal dazu... ...die Giftklingel auszurüsten. Ein Hinweis an alle fremden Händler... ...und gleichzeitig können wir mal gucken... ...wie oft ich noch von der Seite angequatscht werde heute. Aber egal. Wir haben hier ja jetzt alles geholt. Ich hatte übrigens auch, äh... ...den letzten Aussichtsturm... ...hier geholt, weil ich dachte, hier... ...in dem Gebiet könnte die noch sein, die letzte Glühve. Und wir haben auch dann jetzt alle... ...73 Türme erklommen. Also da haben wir auch alles geschafft, wie gesagt. Beziehungsweise, wie gerade eben ja auch gezeigt... ...fehlen uns eigentlich nur noch die Gemälde... ...wo wir ja aber eigentlich... ...hier in... ...ähh... ...Venedig... ...was sage ich denn jetzt... ...Venedig in Florenz... ...ja, eigentlich auch schon... ...alle gekauft haben. Also wir werden auf alle Fälle noch mal gucken, aber... ...da bin ich mir eigentlich doch ziemlich sicher. Noch ein Söldner? Guck mal. Aber wir werden das... ...alles gleich noch mal... ...überprüfen. So, ne, in die Richtung wollen wir nicht. Wir wollen hier lang. Nehmen wir einfach Luftlinie... ...und ab ins Wasser. Einmal durch den Fluss gesponnen. Und da oben sehen wir schon den Erinnerungsanfang. Das sollte ja kein Problem sein, da hinzukommen. So, auf jetzt! Boah! Habe ich gerade irgendwas gesagt? Von wegen kein Problem. Nicht mehr von Steg zu Steg springen kann er hier. Ne, 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 ne. So unfähig der Typ. Höhöhöhö. Aber ich bin gespannt, ob, äh... ...sobald wir das Spiel durch haben... ...oder ob dann noch irgendwas... ...äh, zu der Wahrheit gesagt wird... ...oder nicht. Ne, ich bin gespannt. Und warum willst du denn jetzt hier nicht hoch? Boah, ey, was soll das denn? Ne, komm, verarsch mich nicht. Komm's auch sonst überall hoch und runter. So, geht doch. Sichert diese Kisten! Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät! Wieso? Was habt ihr denn da? Ungesehen. Ah, also hier können wir die Gifflinke nicht benutzen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Ich hab's nicht mehr zu essen bekommen. Wie, ihr wollt denen... ...das Essen vorurteilen? ...müssen die Sabonarola als Führer anerkennen. Was vielleicht mit Feiern geschmickt, wenn du den Grunfeld zeigst? Oh, fuck, 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 fuck. Die dürfen hier ja gar nicht entdeckt werden. Auch nicht von solchen Typen. Das heißt... ...wir lassen uns hier runter. Aber bevor der Prophet meines Augen öffnet... Prophet, ey, sei ruhig. Ich zeig dir gleich mal, wer der Prophet ist. Wo rennt der Typ denn immer lang? Sabonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeiten, Leidheiten und Gerechtigkeit. Jaja, laber du mal. Die Gerechtigkeit kommt und nicht zur Wohl. Hä? Was hat der Unzünder gesehen? Wo ist der Heli? Ich bin weg. Du wirst mich. Der kommt dir bekannt vor. Ach Gott, ey. So, doch mal ruhig. Mal sehen, wir haben die Unbelehrer. Mal sehen. So, ganz leise. Komm schon her hier. Bei Fuß. Tschüss. So, der ist weg. Kommen wir hier hoch? Ne, okay. Wir machen es eh von der anderen Seite. Dann sah ich das Übel des Mammons. Und die Spaltung, die er erzeugt. Schwupp. Da hat keiner was gesehen. Die da hinten werden uns wohl kaum sehen. So. Du, komm mal her. Hier. Sack. Tschüss. Uh. Mal sehen, ob wir... die beiden... Ja, tun wir. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Auffällig bekommen. Ah, der Typ da. Und er macht echt, äh... Zu schaffen. Der Kerl. So, du sei ruhig. Bevor der Prophet mal was auslösen. Das Übel des Mammons. Ja, ja, ja. Laber du nur so. Wir müssen jetzt einmal... ...außen rum, würde ich sagen. Den auf der komplett anderen Seite ausschalten. Dann können wir die beiden dicken ausschalten. Und dann die beiden vorne. Und dann haben wir... ...komplett unbemerkt das Schiff... ...leergefegt. ...leergefegt. Na? So. Sack. Nein! Warum hat der das jetzt gesehen? Was zum Teufel soll das denn? Ey, bei dem anderen haben die das auch nicht gesehen. Was soll der Scheiß denn? Die ganze Vorbereitung für umsonst. Meeensch. Gut, wieder hier runter. Ungefähr... ...ungefähr... ...müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Das gleiche noch einmal. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ach Gott, jetzt... ...wucken die hier wieder rum. Ach... ...verdammt. Ach... ...verdammt. Warum müssen wir das eigentlich unbemerkt machen? Egal, wir sehen uns wieder, wenn ich das verdammte Schiff... ...auseinander genommen hab. Also das ist echt ein Part der Schnitte. Ich glaub's ja nicht bis gleich, Leute. Okay, ich hab's geschafft, den Typen herauszulocken. Der Lover ist zwar immer noch da, sage Scheiße. Aber hoffentlich... ...kann ich ihn jetzt... Ja, kann ich. Und zack! Ich hab nämlich grad eben einen erschossen und dann sind die Restlichen vier... ...da hingegangen und die zwei Dicken sind dann einfach runtergesprungen. Manchmal... ...muss man ja voll sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist... ...mein Kopf ist klar. Aber... ...requiescat in pace. So, und... ...weg hier. So, anonym werden... ...sind wir... ...sehr schön. Jetzt geht's daran... ...den nächsten Leutnant zu töten. Wir haben wieder Knete in der Truhe. Entschuldigung. Und dann gucken wir doch mal auf der Karte. Ja, die hab ich grad eben auch mal umgenietet. Wo denn der nächste ist? Wir nehmen einfach mal den, dann können wir auch nochmal bei dem Kunsthändler da vorbeigucken. Ob der vielleicht in diesem Bezirk... ...noch was für uns hat. Was ich aber... ...bezweifle. Weil wir ja... ...bisher... ...in jeder großen Stadt, in jedem Bezirk die gleichen Gemälde bekommen haben. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren. Also dann... Was ist denn heute mit meiner Stimme los? Irgendwie die ganze Zeit ein Frosch im Hals. Das geht hier auf den Sack. So, dann müsst ihr hier... ...doch jetzt... Ja, da unten ist der Kunsthändler. Sehe ich doch schon auf der Karte. Rutsch. So was passiert. Wir haben aber mittlerweile ja... ...genug... ...an... ...Heilmitteln. Das ist ja für uns kein Problem. Na, mögest du wohl bitte auf das Dach klettern. Dankeschön. Komischer Sprung, aber... ...okay. So, dann zeig doch mal, was du denn hier hast. Nö. Der hat auch alle. Also beziehungsweise, wir haben alle schon... Äh. Mach Platz, du. Singen kannst du eh nicht. So, dann haben wir hier die nächste Erinnerung... ...beziehungsweise den nächsten Anfang... ...für das Uniken eines weiteren... ...Leuners. Du glaubst, du tötest hier irgendwen. Das glaub ich kaum. Gut, dann... Gucken wir mal. Der Befehl ist einfach. Was denn hier los ist. Bewacht diese Felder... ...und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Gut, da habe ich mich kurz gemutet. Ich muss mir mal die Nase putzen, so den... ...Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Ohne diesen einfachen Rohstoff... ...fehlen dem Widerstand die Mittel. So, wo ist er? Da hinten ist er. Das heißt... ...wir... ...schalten erstmal... ...die Bogen schützen aus. Damit... ...die hier nicht rummeckern. Sie brauchen Kleidung. Namen, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euch... Ach, warum ist er denn jetzt nicht ins Heu gesprungen? Ich wollte doch da eigentlich in den Heuhaufen springen. Mein Gott. Ich bin aber heute auch nur vom Pech verfolgt. Nee, ich glaub's ja nicht. Nee, 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 nee. Das ist ja ne... ...Failfolge. Viele nehmen Widerstand die Mittel. Und dann müssten sie aufgeben. Ja, ja, sei doch ruhig. Hä, der war doch schon tot. Och Gott. Versuch Nummer 3. Mal sehen, ob's jetzt funktioniert oder wir schon wieder verkacken. Gott, das geht mir aber grad selber so ein bisschen auf den Sack, dass das nicht funktioniert. Und dann gehen wir mal über die andere Seite. Dann müssen sie aufgeben. Wobei... Könnt ihr ja mal einfach... ...hier hoch. Aber hier ist kein Heuhaufen in der Nähe, oder? Nee. Nein, das wird uns nicht viel helfen. Dazu ist er... ...in der falschen Richtung. Autsch, und warum hast du dich jetzt nicht festgehalten? Toll, da hinten guckt die eine Wache. Da oder stirbt! Ihr dürft nicht hier oben sein! Hint vor! Okay, hier funktioniert das auch nicht. Und dann versuchen wir's nochmal auf der Seite. So, das lief doch jetzt besser. Nahrung, Obdach, Wärme. Und all das bietet ihnen nicht das Haus. Ich höre euer Murren. Boah, heute habe ich aber auch alles. Schnupfen, Husten. Gott, ey. Mein Gott, das ist ja echt schlimm. Ich dachte ich wäre nicht mehr krank. Meine Fresse. Verdammt. Da ist da unser Vieh. So, wo ist der Typ? Dahinten ist der Typ. Mühle Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Und wie ihr wisst, geben sie uns noch vieles mehr. Wolle, Fleisch und Milch und andere Denken. Was seht ihr nun? Warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Hm. Also, nehmt eure Arbeit hier ernst. Doch, wir sind sehr viel. Na, verdammt. Wäre auch zu schuld gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber irgendwie muss man den Heuwechsel da doch hinbekommen. Aber wie? Also, das ist jetzt alles hier gar nicht mehr ohne. Das gefällt mir, aber warum das nicht funktioniert, das... Das gefällt mir nicht so. Oh, okay. Und nehmen wir... Den hier. Was zum... Oh. Das ist jetzt richtig... Aaaaaah. Ich könnte gerade Kotzen kriegen, so scheiße wie das hier läuft. Wahrscheinlich schon viel zu lange überzogen. Jetzt zieht der uns wieder hier um. Meine Fresse. So, jetzt aber. So, wieder hier hin. Geht mitgenommen. Und zack. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. So, sehr gut. Immerhin, das haben wir geschafft. Mal sehen. Wo die entlang gehen. Welche unsere Waren in die Städte bringen. Wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Ja, nicht gegen die Mauer. Warum ist er jetzt gegen die Mauer gelaufen? Arg. Warum funktioniert das nicht? Mensch, ey. Leute, ich würde sagen, wir probieren das beim nächsten Mal einfach nochmal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit etwas mehr Erfolg. Okay. Okay.